So, da können die ein bisschen die Ansteuerung sehen, die Leute. Deswegen stehe ich die jetzt mal da hin. So. Na, ich könnte dann auch zu dem hier parken. Da gehört er dazu. Und das zu dem. So. Macht keinen Unterschied. So, und die ganzen hier, die müssen jetzt wieder reguliert werden. Gesund. Ich hoffe, ich habe das vorhin auch alles beim anderen richtig angestellt. Aber normal schon, sonst wäre das nicht funktioniert hier. Die Dosierung und so weiter und so fort. So. Lasst uns mal sehen. Ja, machen wir mal die Spender mit. Nehmt das mal mit. Äh, neuer Anschluss. Toast. Eins. Dann, was haben wir hier? Möhre. Eins. Spender Salat. Eins. Spenderpilze. Eins. So. Der ist schon mal fix und fertig. Wo habe ich den jetzt hin? Hier. Den können wir... Den können wir eigentlich hier parken, oder? Ja. Dann ist das beieinander hier so ein bisschen... So. Nächster Bestellungsleser. Was haben wir hier? Das haben wir schon. Salat. Äh, Tomate. Einmal. Da gehe ich davon aus, dass es zweimal ist beim Salat. Ja, da weiß ich noch so ganz dunkel, dass es so ist. Dann haben wir hier Möhre. Einmal. Die wird geraspelt, genau. Was haben wir hier noch? Äh, rohes Huhn. Einmal. Das haben wir zwecks der Verkeimung hier ein bisschen auseinander getrennt. Und nach der Frittöse ist ja eigentlich wieder alles klar. Guck nur noch mal kurz hier. Ja, die Möhre wird geraspelt. Salat zweimal. Das ist noch irgendwas zweimal. Brot ist zweimal, okay. Brot, 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 Brot. Salat. Hä? Wo habe ich denn das Brot? Da ist das Brot, okay. Gerade überlegt. Das müsste ja doch ein Zweier sein, aber der ist ja noch gar nicht angeschlossen. So, das können wir nicht überlegen, ob ich das da rein stelle, weil ja, wir können es aber auch hier stehen lassen. Ja, komm. Steht hier, dann gut. So, nächstes bitte. Gehen wir mal da ran. Brot brauchen wir zweimal. Dann Tomate einmal. Kann man ja so ein bisschen an die Sache kopieren, weil so ein Menü besteht halt aus mehreren Teilen, ne? Aus mehreren Gerichten zusammengefügt. So, dann können wir hier gleich noch den Salat mit aufnehmen. Dann hätten wir die ganzen Dosierapparate, meine ich, erstmal abgefrühstückt hier. So, lassen wir hier. Ja, als nächstes habe ich dann meistens die ganzen Elektrogeräte, die Heizgeräte hier. Anschluss. Da hätten wir zum Beispiel einen Elektrogrill. Dann hätten wir da eine Fruchtöse. Dann hätten wir hier einen Grill. Was haben wir noch? Sonst haben wir nichts mehr, ne? Macht's gleich, ne? Ne, ich bin zu früh. Doch nicht. Ich hab gedacht, es macht weh, 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 in der Musik. Ja, doch, es macht ein bisschen weh, 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 aber das ist ja nicht ganz essentiell hier. So, wenn es wieder kommt, dann sage ich es euch. Ja, was labert denn der für ein Quatsch hier. Genau da war es. So, kommt mir fast zuvor wie so ein Spiel, wo ich schon mal, wo ich mal gespielt habe. Da war es so ähnlich, die Musik war schon lustig. So. Dann haben wir hier noch was. Da noch was. Und den hier. Und ansonsten haben wir alles Größere abgeregelt. Können wir den noch gleich mit aufnehmen. Gut, das ist wieder alles mit, wenn die Bestellung noch nicht fertig ist, dann soll er halt anbleiben hier. So. Park ich mal hier rein. Ich hab noch so viel Platz, ey. Also, wenn ich wirklich hier eine 100% Effizienzküche bauen wollte, ich weiß gar nicht, wie die aussehen soll. So, Bestellungsleser, wir haben hier noch ein bisschen was übrig. Take away und zack, bums. Oh. Wir sind zu teuer. Okay. Brauchen wir nicht mehr. So, die 500 können wir uns nicht mehr leisten. Also, dann lassen wir die anderen Schneidegeräte übrig. Das soll mehr Rille sein. So. Jetzt simulieren wir das Menü noch gleich hier. Bestellung simulieren. Äh, warum? Warum? Warum ist denn jetzt dessen Flamme aufgegangen hier? Was ist das hier? Huhn. Warum? Ah, ich kann mir vielleicht vorstellen, die Zutaten kamen hier nicht schnell genug weg. Und dann blockiert der Grill und dann macht's bieb, bieb, bieb. Dann kommt die Feuerwehr. Hört, wir können uns das Band noch leisten, das Schnelle. Ich denke, dass es daran liegt. So. Moment. Wie so ein Häufel Asche. Wieso war das jetzt ein Häufel Asche? Das Huhn. Wir haben das doch immer zerlegt und dann erst... Moment mal. Habe ich da einen Fehler gemacht? Habe ich da einen Fehler gemacht? Ah, okay. Ich muss wohl erst das Huhn grillen komplett und dann erst zerschneiden. Dann drehen wir das einfach rum. Das ist überhaupt kein Problem. So, beruhig dich. Start. Ah, stopp, stopp, stopp. Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier simulieren. Und nicht hier gleich die Küche starten. Warum? Moment. Moment. Ich glaube, ich bin da total... Ich habe da einen kleinen Denkfehler drin. Ge... Ah. Gegrillt und nett für ein Tier, du Eumel, du Alder, du. Ah. Das ist natürlich dann ganz klar. Weg. Das soll... Das muss ein Grill sein. Ja, da kannst du wirklich... Da kannst du fuchsig werden irgendwann und denkst dir... Hä? Das gibt es doch nicht. Wo war jetzt der Grill drauf? Wo haben wir jetzt ein Loch drin? Da. Also es war ja kein Grill, das war eine Fridöse. Oh Mann. Leute. Da haben sich jetzt wieder alle vor dem Kopf kauen. Oder am Bildschirm angeschrien. Dass ich das nicht gemerkt habe. Weil es ist nämlich eigentlich total scheißegal, ob ich das Ding erst im ganzen Grill oder ob ich das dann mache. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller, das zu zuerst grillen und dann auseinanderschneiden. Dann würden vielleicht die Salmonellen hier nicht haben. So, jetzt bin ich... Ah, ich kenne noch einen Fehler. Da habe ich das Band nicht gedreht. Ich drehe das Ganze mal rumkommen. Ich denke mal, dass es besser ist. Ich speichere auch mal die ganze Küche hier. So, jetzt machen wir das Simulieren hier. Hi, die Blitze. Okay. Ja, es ist... Manches sind dann halt so kleine Flüchtigkeitsfehler. Äh, okay. Da ist Fehler im Ganzen drin. Ja, stopp. Äh, smart. Ja. Ja, getoastet, wenn es geht. Da habe ich auch wieder einen Fehler drin getoastet. Ja, sonst macht es keinen Sinn. Dann hätte ich auch einen stinknormalen hinsetzen können. Und getoastete oder knusprige Bagonscheiben. Wo sind sie denn wieder? Die sind immer so blöd hier versteckt. Na, wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Warum kann man nicht einstellen, alles gegrillte? Da sind sie. So. Und jetzt noch einmal, wenn es jetzt jetzt klappt. Gut, läuft. Das ist alles getoastet und gegrillt und was auch immer. Und frittiert. Aber was braucht ihr so lang? Hühnersalat? Hä? Äh. Äh. Okay. Größer Salat, Hühnersalat. Irgendwas fehlt noch. Der, der größere Salat fehlt. Warum fehlt noch der größere Salat? Warte auf Zutat. Hä? Warum kommt denn da nichts? Hm? Was ist denn da jetzt schon wieder faul? Äh, stopp. Das muss ich jetzt mir nochmal genauer angucken. Was ist denn da, äh, äh? Ja, das muss ich jetzt beherbe. Äh. Was ist denn da, äh? Äh? Äh. Äh, äh. Naja, wir haben den Großen und den Hühnersalat und, ah da ist ein Fehler drin, beim scharfen BLT, was fehlt denn da, Salat, Tomatenscheibe, warte mal, scharfen Mayo, zwei Scheiben Toast, okay, zwei Scheiben Toast, bacon, Tomatenscheibe Salat, bacon, Brotscheiben, Ah, die Soße fehlt irgendwie, die kommt nicht an, warum kommt die nicht an? Warum kommt die Soße nicht an? Chili, Chili und Mayo, Aha, warum ist das scharfe Barbecue? Bin ich da verrutscht? Oh Gott, okay, und ich habe gesagt, die Folge wird auf jeden Fall nicht so lang, ne, ne, bei solchen Fehlern wird die Folge lang, ja, da guckst du dann, denkst, die Zutaten, die stimmen da und, ah, naja, gut, äh, jetzt soll das aber funktionieren, scharfe Mayo, jawohl, da bin ich irgendwie verrutscht, Der aufmerksame Zuschauer hat es bestimmt bemerkt, jawohl, jetzt kommt hier auch ein BLT, ja, das war sogar noch viel schneller als die Salate hier, Das wird gelb, also das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn die Sache gelb wird, naja, wenn der Platz für das TGV brauchen wir dann gar nicht mehr lang gucken, ne, aber wir machen jetzt nochmal, ah, stopp, wir wollen jetzt nochmal kurz speichern, jetzt nachdem wir alle Bugs ausgemerzt haben, So, und jetzt, ich will euch da nicht lange auf die Folter spannen, ich hau das jetzt durch, das Level, wird es halt wieder lang, was soll's, ich gebe gleich mal Turbo, dass das ein bisschen hier schon mal anläuft, die ganze Sache, Im Moment haben wir noch alles still, haben wir schon mordsmäßig Energieverbrauch gehabt am Anfang, ich mach gleich mal wieder langsamer hier, So, was will er Pommes, kleines Familienmenü, bisschen machen, wir können gleich mal gucken, wie lang das dauert, das ist für das Takeaway, wird schon orange, Äh, kleines Familienmenü für das Takeaway, hallo, Wo wird denn das kleine Menü gemacht, Warte mal, Groß, Groß, Ah, ich glaube, das funktioniert ja nicht, Kann das sein, Hä, Ich glaube, bei der Zutatenschranke stimmt was nicht, bin mir nicht 100% sicher, Restaurant, Kleines Familienmenü, wenn das ist, dann läuft es durch, Jetzt muss ich nochmal gucken, So, aufgepasst, das kleine Familienmenü wird produziert, Da kommen die Pommes, Da kommen die Pommes, Hä, Moment mal, wo ging das jetzt hin, Ne, das, Hä, Hä, Kleines Familienmenü, Weiterladen, Okay, Äh, Ganz eindeutig, Hä, Äh, Es frittierte Hühner gefehlt, Äh, Ich muss mir das genau angucken hier, Ich meine aber, Wenn das simulieren, Das hätte funktioniert, Das tut ja erstmal gar 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 nichts hier, Ja, Da macht überhaupt keine Anstalten hier, Oh Gott, Jetzt muss ich das Ding suchen, Was hier zusammen gehört, Kleines Familienmenü, Hm, Okay, Soll der doch spendieren hier, Aber macht er das nicht, Oh Gott, Wo ist denn da der Wurm drin, Das gibt es nicht, Hä, Oh, Die sind ausgeschaltet, Moment mal, Großes, Oh, Was hängt denn da alles drauf, Zutanzerleger, Großes Menü, Hö, Die habe ich total, Das ist ja Blödsinn, Das ist der hier, Ja, Da muss ich jetzt mal gucken, Wer da noch alles drauf hängt, Auf dem Apparat, Ja, Dann Vierer mal hier weghauen, So, Das ist jetzt wurscht, Ha, Ich habe mir da total sabotiert, Heideblitze, Ja, mit den Bestellungslesern dann am Ende, ne, Na ja, Jetzt hat er, So, Na ja, gut, Dann machen wir die Stunde voll, Speichern, Was soll's, Ich wusste ja nicht, Dass das hier, So, Jetzt hat er, Gib Stoff hier, Junge, Heideblitze, Ich habe das mit den Bestellungsledern, Aber die ganzen Kabel hier, Ah, ich habe gewusst, Dass da irgendwas falsch verkabelt wird am Ende, So, Jetzt pass auf, Kleines Menü, Da läuft's, Okay, Was ist denn das hier eigentlich, Multi, Okay, Ich mein, wenn's gelb und orange wird, Dann sag ich ja nichts, Jawoll, das bleibt an der Schranke hängen, Und dann ja, Perfekt, Gut, Das läuft, Jetzt schau ich mir das mal an, Hier drüben, Da gibt's keine, Gut, das ist perfekt, Da gibt's keine Verseuchung hier, Das ist schön, Da gibt's halt welche hier, So, Gebt mal Turbo, Momentan ist es ja noch sehr ruhig, Groß und gesund und Beilagensalat, Okay, Ein kleines Familienmenü ist abgelaufen, Noch irgendwas ist abgelaufen, Ah ja, Verdirbt, Zutaten Schranke, Die hat, Aber das hat doch funktioniert, Der hat das doch ausgeliefert, Oder? Jetzt muss ich's doch nochmal simulieren, Ja, Ja, Das ging durch die Schranke, Dann kam's zu spät an, Eindeutig, Da müssen wir die ganze Maschinerie mal ein bisschen schneller machen, Das sag mal, Ein paar Takte schneller, Dann ist mir das mit der Energieeffizienz total wurscht, So, Wir hauen jetzt sämtliche Maschinen auf hohe Geschwindigkeit hoch, Die gehen, Ich mein, die Grills können wir nicht höher hauen, Haben wir das eigentlich schon mal simuliert, Ähm, Wenn man so einen Fließbandgrill und so einen normalen Grill nebeneinander stellt, Ob die dann, Ob dann der eine, der normale Grill praktisch, Ob der dann auf einmal schneller ist, Wie der andere, der Fließbandgrill, Das hab ich eigentlich noch nicht kontrolliert, ne, So, Äh, hoch, 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 So, Da hinten, ja, gut, meinetwegen, Hoch, Hoch, Hab ich jetzt alles, Hab ich jetzt alles, Mehr geht glaube ich nicht hier, Alles andere geht nicht schneller, Ja, so, Naja, Speichern nochmal kurz, Zack, Oh, Da wird es wirklich einen vierten Teil geben, Ich weiß es noch nicht, Go, Ha, vielleicht schneide ich die Folge doch in der Hälfte auseinander, Das hat nicht keinen Sinn, Ah, ich weiß es noch nicht, Ich entscheide es kurzfristig, Oh Mensch, Jetzt ist die Schranke zu, Warum? Warum? Ja, Vorhin ging's, Jetzt ist die Schranke zu, Wo ist das geregelt? Roboterarm, Einmal, Okay, Zutatenschranke, Bei Neubestellung, Einmal, Warum hat sie jetzt nicht funktioniert? Okay, Einmal, Bestellung, Das mit dem Einmal, Das habe ich gemeint, Das kann zu Problemen führen, Okay, Akzeptiere ich, Klar, Start, Okay, Mann, So viele Bugs hier, Die habe ich ja eingebaut, Die sind nicht im Spiel, Aber, Ja, Das mit der Bestellung einmal, Ausführen bei Bestellung einmal, Dann führt er das aus, Aber, Wenn halt die Zeit abläuft, Sozusagen, Dann ist die halt, Bleibt die halt verriegelt, Hier, Die Schranke, Ja, Jetzt funktioniert es, Jetzt funktioniert es, Oh Gott, Orange, Großes Menü, Komm, 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 Ah, Verdammt, Was ist da los, Da verdirbt irgendwas, Was ist denn da schon wieder los, Äh, Okay, Stopp, Hä, Das große Menü, Warum geht das nicht, Habe ich da auch einen Fehler, Ups, Habe ich da auch einen Fehler drin, Was fehlt, Was fehlt denn da, Simulation, Bitte, Okay, Das läuft, Was ich mir denken kann, Dass irgendwas zu viel kam, Und da waren dann halt, Bestellungen, Und dann war was zu viel, Aber da müsste man jetzt im kleinsten, Ausklappustern, Was hier, Zu, Zu viel ankommen, Da müssen wir nämlich hier, Das tweaken, Dass das nicht der Fall wird, Ne Leute, Ich, Ich kann es jetzt nicht noch weiter hier die Folge lassen, Also, Tut mir leid, Ich werde die jetzt beenden hier, Und vielleicht ist ja auch geteilt worden, Weil, Eine Stunde, Die schaut sich keiner normal an hier, Ich sag jetzt auf jeden Fall erstmal wieder, Vielen Dank fürs Zuschauen, Mehr gibt es beim nächsten Mal, Wenn es euch gefallen hat, Dann hinterlasst doch ein Like, Ein Kommentar, Ein Abo, Wird mich riesig natürlich darüber freuen, Und, äh, Wenn es funktioniert, Das seht ihr dann an der nächsten Folge, Ich sag tschüss, Bis zum nächsten Mal, Euer Lego.